So, und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu meinem Part, weil los geht. Da versuchen wir heute vielleicht mal, oh es regnet. Oh hier ist eine Brücke. Versuchen da vielleicht mal rüber zu kommen. Tja, das wird irgendwie in die Kapitel reinkommen. Das könnte schwierig werden. Die Brücke ist hochgezogen. Sieht nicht so gut aus auf der Karte. Das hier ist das Gelände, wo wir hin müssen. Da führt es zu Begründung. Da ist Wasser und wir kommen da nicht ran. Hier gibt es eventuell noch eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass das hier. Wie kommen wir denn da jetzt? Was machen wir da jetzt? Darüber zu kommen. Es muss doch irgendeinen Weg geben. Mein Liebeswerkzeug, aber... Tja... Durch so kleines Gewässer kann man nicht latschen. Gut, dass man hier durch ein... Durch den Dorf hinkommt. Hier mal vom Stein zu Stein zupfen. Das ist keine Option. Da gibt es ein Haus. Wir könnten über die Dächer springen. Gucken wir mal, ob die Dächer kämen. Es ist natürlich clever jetzt hier in dieses Haus zu gehen, wo wir gerade das Gemälde geklaut haben. Wir müssen dort... Das soll doch schon schief gehen. Es wird bestimmt keine Feststellung feststellen. Ich schaue mal kurz, ob ich da aufs Dach rauf komme. Da gab es doch einen Balkon, auf den wir raus konnten. Und da oben. Ah, wenn ich das Spiel kenne, dann würde es mir nicht gehen. Von Dach zu Dach zu springen, das wäre zu einfach. Um weiterzukommen. Ja, dann geht sowas wieder nicht. Warum eigentlich nicht? Nur 30 TB. Äh, ja. Darum nicht. Weg unterbrochen. Nur 57 TB. Schade. Wie kommen wir denn? Wo kommen wir denn an? Wie kommen wir denn an? Diebeswerkzeug. Wie kommen wir denn an? dem händler sprechen vielleicht hat er eins müssen wir uns nach und das haben dann müssten noch eins haben mindestens eines ja da steht immer man ruht es dran dass wir es nicht dürfen und so was ist es hat uns noch genau aufgehalten stehen bleibt ja komplett ohne folgen hier ist ein betreten verboten jetzt hätten wir versuchen es zu betreten und stoffbär wir wollen natürlich nicht klauen eine wippe spielkasten und hier sind keine kinder ja ich werde mal durch mastarion wohnen dann kommen wir nicht lang dann müssen wir darüber hüpfen dann kommen wir da nicht mehr runter kommen wir da nicht mehr lang ist schon irgendwie bescheuert so du musst mal warten so vielleicht haben wir hier irgendwas in den laden das müssen wir auch mal verkaufen schlüssebund nur leer Das ist so gut. Hm, Level ab. Hat aber den noch nicht gelevelt. Ich glaube die Geh waren unterwegs, den hat noch gelevelt. Ach du Scheiße. Warum kann ich ihm auch was geben? Auf Levelmen. Da müssen wir nichts ändern. So lange verlassen dann. Schon mal auf Astarion vielleicht. Mit Schurke. So lange verlassen. So lange verlassen. So lange verlassen. So lange verlassen. Was jetzt? So lange verlassen. 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 Aber ich weiß nicht wo das hier lang geht. vielleicht können wir es durch das ding nicht existiert aber das unsicht aber funktioniert mir schon gewesen war verzeihung betrifft und ducotas Schade. Können wir nicht schenden? Ja. Ich würde gerne sehen, was ich mache. Heute ist es irgendwie extrem. Ich glaube, hier war noch eine Tür. Manchmal echt lächerlich. Ja, das könnte schlimm werden. Von was denken wir uns? Ich hoffe, wir müssen nicht eine Stahlwache besiegen. Holy shit. Naht erstmal in die Map. Wir müssen nicht warten, bis die Stahlwache in die Ecke ist. Ich bin dumm. Und vorher nicht gespeichert. Na, das muss doch klappen. Ach du Scheiße. Oh, hat doch geklappt. Wir haben das Spielspeicher an dieser Stelle. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Das war vielleicht der Wache nicht nur in die Hände rennen. Jetzt. Wetten, da brauchen wir nochmal ein Spiel. Schloss knacken war fantastisch. Bevor die Wache hierher kommt. Bevor die Wachen kommen. Spiel. Ich habe gespeichert. Wir sind am Öffne dich. Oh fuck. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir haben das durchschleichen können. Bedehme dich um Vergebung. Ich entferne mich sofort. Sie davon überzeugen, dass du hierher gehörst. Das kann ja nur schief gehen. Ich muss ja die Patrouille verstärken, weil jemand versucht hat sich hier einzuschleichen. Das ist jetzt mein Zuhause. Wenn ihr nicht sofort geht, werdet ihr niemals verlassen. Also bestimmt klappen. Ähm. Schließlich bin ich hier. Ihr hättet mich doch nicht reichen lassen. Wenn ich nicht hättet. Eine 22. Na ja. Ohne Bonus. Was? Ähm. Was? Du hast ausgestattet. Du bist bereits flimselig willkommen. Und jetzt. Du wirst weg. Äh. Fantastisch. Wir müssen durchschleichen. Heute ist ein sehr balliger Tag. So schnell rein hier. Und hier durch die Tür zu machen. Was braucht denn da hier? Was braucht denn da hier? Ich mach die Tür zu. Lazy day today. Also eine Doppeltür. Ich will hier nicht gegen hunderte Steilwachen kämpfen müssen. Ich will hier nicht gegen Monate Steilwachen kämpfen müssen. Einmal Spiel speichern. Kann man sich irgendwie vorbeischleichen. So viele sind es jetzt hier nicht. Aber trotzdem. Nein. Eine Steilwache könnte schon schwierig werden. Leute. Woher hier ist. Nein. Ruhig. Muss entdeckt werden. Ganz ruhig. Wenn man hört Gesprächs begann auch. Wir sind so am Arsch. Wir sind so am Arsch. Lazy day. Lazy day. Sauwunds. Haha. Sauwunds Monster. Urukai. Warte! Bleib deine Hand, ich lege dir! Prinskis Motivation ist aktiviert. Sag mir, Gondhien, sag mir über dein Sohn. Er ist nicht... Er ist ein Halt. Er ist schrecklich in meinem Körper, wie ich, wie alle uns. Ja, durch deine Grecke, er lebt. Und deine Frau? Sie ist... war... useless. Und... mit der Produktion Quotas. Du bist wunderschön, die von diesem Welt. Was? Entschuldigung, meine Outburst. Ich werde... durch die Nacht arbeiten. Dieser Watcher wird operativiert. Ich werde es ermöglichen. Aber wenn deine Arbeit nichts zu kalt von impeccablem, dein Sohn sterben wird. Ist das alles? Ja. Aber es ist alles. Einfach und sind sie funktionabel. Irgendwas schaffen sie zu besiegen. Habe ich große Lust drauf. Kaler ist... Nicht dazu in der Lage. Und warum... schleichen wir nicht? Wir müssen uns irgendwie davor schleichen. Oh oh. Fehlgeschlagen, toll. Das darf hier nicht schief gehen. Wir haben wenigstens ein Highground. Wir waren. Irgendwie gelandet sind. Sicherheitsbüro. Sehr schön. Vielleicht können wir uns heimlich... reinschleichen und sabotieren, ohne dass dies bemerken. Rein hier. Weiter. Vielleicht können wir auch die... die Steilwachen irgendwie steuern. Was fällt sonst auf? Frachtaufzug rufen. Was kann da schief gehen? Schnell runter hier. Ich glaube hier müssen wir runter. Kommt weiter. In der Brauchstufe. Ich weiß nicht wo wir hin sollen. Aber hier unten rein. Das klingt erstmal gut. Dass wir irgendwas finden, was hier... Vielleicht können wir irgendwo einen... Notschalter finden. Was kann es erstmal ausschalten können. Irgendwo eine Hautmaschinerie, wo wir... gegen kloppen können. Das ganze Ding zu sabotieren. Aber es hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich ziemlich schlecht an. Ah, fantastisch. Erste Kammerführer. Keilach. Du musst durchhalten. Immobilie verstümmelt. Du wirst mich verarschen. Wir müssen erstmal hier die... die Wache ausschalten. Wenn das irgendwie geht. Vermutlich ohne Kader. Ich krieg schon viel Schlag. Na toll. Beißen können wir wahrscheinlich auch nicht. Viel Schlag. Das gefällt mir nicht so gut. Das gefällt mir nicht so gut. Ich hätte einen langen Raster vormachen können. Immobilie verstümmelt. Was zum Henker. Das bringt ja sehr viel. Ach, ich brauche nicht lebend. Ach, zwei. Magier hier. Ach, zwei. Ja, dann kriegen wir schon irgendwie hin, wenn wir die Stahlwache ausgeschaltet haben. Ich hoffe, die schlagen keinen Alarm hier. Dann haben wir ein echtes Problem. Haben wir sowieso. Mit der Stahlwache aber. Ja. Ja. Das war ja effektiv. Warum können wir nur einmal angreifen hier? Wir könnten doch mit... mit dir sonst immer angreifen. Ja, komm. Oh oh. Das bringt uns um. Das bringt uns um einen der Gegner. Wir sollten vielleicht mal aus dem Radius verschwinden. Das ist wahrscheinlich zu spät. Ah, die begeben sich aus dem Radius. Das sind clever. Irgendwie jetzt auch im Arsch. Und gleich ist die Stahlwache dran. Da wird irgendein Zug explodieren. Dachte ich mir. Ja. Ah, Fehlschläge. Wie ich das... Wie ich das lieber... Wie ich das lieber... So, wir brauchen Heilung. Immobilität ist auch so eine... so eine gute Sache. Aha. Der nächste Tod. Einer existiert noch. Da kommt ein neuer dazu, oder was? Ich bin Fury. Ich bin Tod. Ich bin Tod. Lass mein Name sein. Fehlschläge. Na toll. Äh, wie selbst. Du bist. Was du nicht sagst. Und ich gebe auch noch. Unschuldige Mitarbeiter. Als Sklaven. Aber die stehen uns im Weg. Oh, oh. Ich komme mit der nächste Stahlwache. Ich weiß nicht mehr, ob wir das aushalten, die nächste Stahlwache noch zu besiegen. Das könnte schlimm werden. Ich bleibe mal hier. Wir sind schon ziemlich am Arsch. Säure natürlich. Ein einfacher Arbeiter. Ja, natürlich. Und die nächste Stahlwache, äh 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 äh. Aber so eine gute Idee in die Stahlwache noch zu besiegen. Und 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 die Stahlwache noch zu besiegen. Wir sollten es dann auf so einen Radius begeben. Ich bleib mal hier oben. Karloch brauchen wir lebens. Natürlich, drückt auf Karloch. Ach du Scheiße. Ich bin Fury. Ich bin tot. 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 Ich kann nicht sogar meinen Rast catchen. Da unten sind sie, glaube ich. Das ist die Bewegungsrate. Ach hier können wir schon was Die Zugung tut nicht ganz so stark Die kriegen wir vielleicht noch Schwarze Hand, die 57er die Die werden wir wohl, ach das ist der hier, der Kleiner Kann wahrscheinlich mächtige Zauber So schwer ich ihn durch eine Bombe schießen kann ich wahrscheinlich nicht Und doch kann ich Viel Schlag, verdammt Es hat nicht mehr viel gebracht Ich kann doch halt durch Wow, die kann weit springen Ich hoffe wir übernehmen das hier noch Ah ja, und was passiert in dem Radius? Nicht gut Nicht genug Bewegung Oh je, wir sind beide am Arsch Meine beiden funktionierenden Kämpfer Nach dem Fehlschlag Kürzer Treffer Zug Das könnte knapp werden Sieht gerade nicht sehr gut aus Und wir haben es schon weit geschafft Komm jetzt Das letzte bisschen Ah, Karla geht da unten Enttäuschend Unsere letzte Hoffnung ist Dario Verstummt Einer tot Hatten wir nicht mit meinem Karte noch ein bisschen mehr Heilungsmöglichkeiten Nicht immer mehr tot sind Ich habe doch hier große Heilung oder so Ein Bandit Also ein anderes Flüstern Hier, das meine ich Massenhelm ist rot Das war nicht ganz so gut Wie gedacht Wir müssen mal mehrere Zauber verwenden Motivator Der Kampf war gut, aber Ich bin so am Arsch Und wir müssen das nicht schaffen Dürfen wir das ganze Gebiet noch mal durch Neu beschleifen Ah, toll Fehlschlag Wir sind am Arsch Das ist Dario, der letztendlich noch lebt Und wir können gleich neu laden Aber netter Versuch Wir sind weggekommen Er ist da und gegen drei Was ist jetzt passiert Ja Das klingt hier großartig Noch ein großer Gegner, der kommt Erster Tod Erster Tod Was ist da und noch gleich am sterben Wow Also wenn wir eine lange Rast davor gemacht hätten Hätten wir es geschafft Versuch mal hier raus zu gehen Aus dem Scheiße Tümpel hier Spiel vorbei Es war zu denken Aber wir haben es schon sehr weit geschafft Es war zu erwarten So, wir waren doch schon so gut dabei Frachtaufzug hatte ich für keine so gute Idee Es macht Lärm und Es könnte uns weiter bringen, aber Ich glaube hier runter war schon die richtige Idee Lange Rast ist bestimmt genau das richtige hier Ah, schnell reisen ist möglich Eine kurze Rast können wir hier machen Besser als nichts Das ist ganz vorsichtig hier runter Da wird es wahrscheinlich wieder der Kampf beginnen Dann haben wir da aufgeladen In Kalach kommen wir da vielleicht besser durch Oh Ach, das war klar Soll ich nicht durchkommen Und sofort entdeckt Fitsche fehlschnappen Das fängt jetzt ab an Das fängt jetzt ab an Fantastisch Ah, wie ich vier Schläge riebe. Wie diese Attack hat und hat noch nie was gebracht. Flammen-Sphäre. Ich habe einen Platz. Sie ist blockiert. Na toll, ein Fehlschlag. Hier haben wir schon zur Hälfte aus. Wir sollten uns langsam mal bewegen. Aus dem Radius raus. Ich würde denselben Fehler machen. Das ist mal ein bisschen gespoten. Ah, fantastisch. Diese Stahlwachen sind echt. Es ist eine Plage. Ja. Runter hier. Nur mit Karlochschmocken hinten angreifen. Das war mal so klar. Hüpfen können wir hier nicht. Versuch, die hat mich sicher zu bringen. Wenn das Ding gleich explodiert. Ah, ich kann auch nicht mehr springen. Fantastisch. Dann gehen wir jetzt drauf. Ich bin Bremus harte. Was, warum? Ach. Ach. Ich bin Bremus. 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 Es sieht noch viel schlecht aus als beim ersten Mal. Das war eigentlich ein sehr guter Versuch jetzt hier. Aber beim ersten Mal, weil es so blöd ist, dass es nicht geklappt hat. ist das traurig greift ja gleich der nächste an das müssen wir ja bedenken das ist der Endkampf nach dem nächsten sehr brutal hier ich bin alle auf einen wie feier kann er sich zu mir selbst halten ein bisschen ich brauche noch mal auf Karlach ich bin alle auf jeden Fall 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 tend winning die ganze Zeit nicht die ganze Zeit und alle bauen die nächste Date 탑 w yacht das ist doch so beste aber Und weg hier. Na, das war klar. Und wie komme ich hin? Ein viel starker Tull. In der nächsten Runde. Okay. Okay. Es brennt hier alles. Und die Treppe hoch, aus dem Feuer raus. Wir sind so am Arsch. Aber wir können das schaffen. Es juckt mich so sehr. Na toll. Aber ab hier. Ah, Zoll. Ja, auf sie. Was sonst. Die Heilerin befreien. Ich frage mich, ob das die Kosten wert ist. Ich frage mich selbst. So viel Heilung habe ich hier nicht mehr. Ah, fantastisch. Immobil. Das finde ich fantastisch. Das ist über dem war nicht. Wir sind hier unten aber sehr wahrscheinlich richtig. Hier müssen wir leider hin. Ja, das sieht scheiße aus. Der letzte Versuch war besser. Die zwei Stahlwachen sind schon ziemlich brutal. Warum haben wir das nicht getan? Ich bin sicher. Ich bin tot. Das ist gar nicht mehr. Wir können gleich neu laden. Ah, Starwind schafft das mit einem Leben alleine. Wie eine Stahlwache. Wie eine Stahlwache. Vielleicht finden wir vorher schon irgendwie einen Weg. Die auszuschalten oder so. Wir versuchen mal da oben mal den Lüft zu rufen. Dann finden wir da noch einen anderen Weg. Das kann ja hier nicht die Nötigkeit sein. Es gibt doch hier. Es geht immer. Zwei Wege das zu lösen. Es gibt noch einen Weg. Und wie das auf einer heimlichen Truhe. Und einmal auf dem Gewaltweg zu machen. Vielleicht ist der Fahrstuhl dort der Hint, den wir übersehen haben. Und dann müssen wir dort. Ich meine dort in der Vorhalle sind keine Wachen. Das könnte. Dann müssten wir vielleicht dort kämpfen. Aber besser als unten liegen die zwei Wachen. Vielleicht ist es der Weg. Oder der Weg gegen den Weg. Ich versuche es erst. Das ist gut. 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 So, vielleicht kann ich mal eine Hebel hier. Ah, okay, das Ding kommt jetzt da hoch. Warten wir, wo uns das hinführt. Jetzt müssen wir uns irgendwie da hinschleichen. Der ist noch nicht intakt. Müssen wir da irgendwie runterkommen und sehen, das ist fast unmöglich. Dann müssen wir halt hier gegen die zwei, drei Leute kämpfen. Hoffentlich gegen keine Stahlwache. Wenn wir uns dann den vorbeischlechen sollen. Das ist immer ein Rätsel. Vielleicht können wir uns hier runterhüpfen. Ah, das war so klar. Das wird auch nichts. Das ist ich hier runter springe. Und ich werde deine Töne wegziehen. Du kennst den Anlieferungsuniform. Sie ist ein Follower von Bane. Der Gott von Tyranny. Einschüchtern. Täuschen. Täuschen, vergib die Störung. Schreckensfester, ich komme gerade zum Dienst. Einschüchtern, ich wünsche im Blut dieser wertvollen Banditen zu baden. Ihr könnt helfen, Gondir, oder ihr könnt sterben. Einschüchtern, Gondir. Wehrt euch, lasst nicht zu, dass die Leute euch schinden. Überzeugen, ich will euch helfen, Gondir. Gemeinsam könnt ihr, können wir euch alle befreien. Badebezeugen, ich habe schon so viele Geschichten von Gondischen Genie und Heldenhut gehört. Schreiben wie heute noch eine und machen eure Hescher nieder. Das sind natürlich die Arbeiter, die die Bösen hier sind. Als ob wir das nicht geschafft haben. Wenn wir nochmal rufeln. In Badenwurf haben wir nicht geschafft. Ein Interloper? Wie kamst du hier? Es ist nicht wichtig. Du hast dich selbst für nichts gezeigt. Die Gondirinnen würden nicht wissen, wenn ich sie von ihren Becken zerbitte und sie mit sie verbringte. Gondirinnen, schüttet die Interlopers Augen. Overseer, bitte. Wir sind Enginheer, nicht Körner. Was passiert mit dem Dissabedienten, Slave? Ich werde das tun, Overseer. Entschuldigung. In Tode. Karla von Mannmarsch. Wo ist die Aufseherin? Die hätte jetzt erst abschlachten wollen, aber... ...ein Fehlschlag. Ich liebe es. Jetzt schon stark für normale Arbeiter. Na komm, aber das kriegen wir doch jetzt hin. Das wäre doch lachhaft. Ähm... Ja, nee. 272. Schaffen wir. Ja. Er hat es irgendwie hier drauf geschworen. Ist leichter, dass hier jetzt gegen die zwei Stahlwachen... Aber hier haben wir die Möglichkeit, das zu überzeugen zu schaffen. Natürlich schafft es meinen Baden-Karakter nicht. Sie zu überzeugen. Es kann schon viel los hier auf einem Haufen. Das macht den Kampf wahrscheinlich schwieriger. Was ist denn mit ihr? Wir sind auch im Kampf unternehmen. Sehr schön. Ich sollte mal hier drüben kämpfen. Ich hätte nicht so viel gebracht. Ich muss hier mal... Ach nee, muss ich noch nicht. Ich kann angreifen. Ein Fehlschlag. So was liebe ich. Warum bin ich nicht aus der Säule rausgegangen? Ja komm, räumen wir hier von hinten auf. Ja komm, räumen wir hier von hinten auf. Wenn wir das hier halt wieder verkacken. Dann müssen wir das mal mit dem Notzeugungswolf schaffen. Es ist halt hier wirklich verflucht. Warum haben wir hier so starke Gegner? Wenn auf einmal... Wenn es hier ein Todesengel aufgetaucht. Was zur Hölle. Erstmal die kleinen Gegner ausschalten. Ich bin auf meinem Weg. Ich bin auf meinem Weg. Ich versuche mal einen kleinen Rückzug mit ihm. Eigentlich muss ich es nur in der Aufzug schaffen, oder nicht? Immobilien, na toll. Ich stehe gerade hier im Kampf gegen den größten. Dann läuft etwas gewaltig falsch. Diese Kampf-Taktik hier ist wirklich am Arsch. Ah, das hat hier super funktioniert. Aha. Ein Fehlschlag. Was können denn die hier alles für attacken? Tolle Arbeiter habt ihr hier. In der Fabrik, hallo. Ja, Logik. Diese Fliehschläge kotzen mich auch mal so an. Ich kotze am Strahlen. Ja, ich muss die Fliehschläge nicht mehr warten. In der Fabrik, hallo. Ich bin hier. Ja. Ich bin hier. Wir haben alles gesehen. Es wird aber nichts im Plan, dass hier gleich am Ende ist. Komm, hüpf. Hüpf, Gefienti. Ich habe angefangen mit Glustert. ok Ok Wir sind so weit entfernt Okay, deaktiviert. Okay, ich lefe mal auf hier drüben. Hier drüber. Jetzt geht's. Jetzt schaffen wir es, alle hier reinzubringen. Wir können eher hier rausnehmen. Ich will den nächsten Zug da reinhüpfen. Ah ja. Dann geht's zurück, dann locken wir es alle hierher. Ich warte mal erst mal auf die Runde von... ... 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 Das ist ein schwieriges Geländer. Hätte hier klappen können. Ein bisschen Heilung für Lezel. Die muss jetzt noch irgendwie rein schaffen. Wir sind jetzt auf unserer Seite, weil wir das Ding gerettet haben. Das Ding besiegt haben. Sehr schön. Es hat nicht so viel gebracht. Es könnte doch mal gut ausgehen, dieser Kampf. Und wenn nicht der schon wieder zu sich kommt. Der große Stanker. Okay, ich bin tot. Was ist mit ihm los? Wie fährt der noch aus? Warum kann ich ihn nicht angreifen? Ah, fantastisch. Er hat schon noch ziemlich viel. Es wird knifflig, wenn der im Aufzug steht. Das ist ein Problem. Es geht mit den Körper. Okay, ich versuche dich. 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 Okay, das scheint so, als hätten wir es geschafft. Wir denken nicht so viel zu tun. Wir haben uns nicht so viel zu tun. Die Stanker werden uns für uns leben. Die Stanker werden uns für alles. Jeder. Ich versuche dich. Tja, ich kann leider gar nicht an andere denken. Ich muss hier runter. Ich versuche dich. Jetzt. Wenn ich die Körper schiebe, wird der Schmerz jemanden attraktieren. Es gibt einen Schmerz. Es gibt einen Schmerz. Das ist ein Hebel. Ich versuche ihn. Ich versuche ihn zu. Oh, das riecht. Er ist in der Schmerz. Und wird es jetzt noch schlimmer. Ja, genau. Wahrscheinlich sogar noch eine Stahlwaffe. Eine Stahlwaffe. Eine Stahlwaffe. Eine Stahlwaffe. Eine Stahlwaffe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020